Mein Name ist Ernst Marolf, wir haben eine Betriebsgemeinschaft in der GAD Marolf, die existiert schon seit 34 Jahren. Wir wohnen in Altnau, das ist im Kanton Thurgau direkt am Bodensee. Die Kuh hier, das ist die Wendy, ist geboren im Oktober 2006, also sie wird etwa 18-jährig. Sie ist jetzt in der 13. Laktation. Im April hat sie gekälbt und gibt jetzt wieder 32 Liter. Was sie auszeichnet, sie ist mittelgross, sie hat ein gutes Fundament, sie ist immer gut zu Fuss, sie läuft heute noch voraus auf die Weide, wenn man auslöhnt. Und das Hutter hat auch recht gut gehalten, für das sie so viel Milch gegeben hat. Sie hat mit 8600 Liter angefangen, die erste Laktation, nachher 9-1 und nachher folgenden Laktationen bis 13.500 Liter. Ihre Lebensleistung ist aktuell knapp 155.000 Liter Milch, mit einem Fettgehalt von 4,02 und Einweiss 3,48. Weiterhin haben wir 18, glaube ich, eine Suchtfamilie von einer, eine 86-Gefürchtung. Und jetzt haben wir das Gefühl, das ist schon das letzte Mal, dass sie gekälbt hat. Aber man weiss ja nie, dass es längst so fit ist. Aber letztens wollte sie fast nicht mehr aufnehmen und irgendwann ist sie fertig. Aber wir haben mega Freude an dieser Kuh und hoffen, dass sie noch eine schöne Lebensarbeit hat bei uns. Das war's. Ja,erenne Für Politiker Tan bezieht Tan bezieht Tan bezieht Vielen Dank.